Ich habe jetzt eine Rätsruhe gehalten. Ich denke, das ist immer schräg. Ich nehme es jetzt, aber ich schweiss nicht. Ich habe einen Hammer. Du hast mit deiner Bremse bis die Karabin reihe. Ich habe das Gefühl, es ist zu kurz. Ich habe das Gefühl, es ist zu lang. Ich komme noch einmal. Ich komme noch einmal. Komm zu rennen. Es ist immer super belastet. Vorlage, das ganze Körpergewicht rein. Abflügen, geil. Für den Hebel auf der Bremse haben wir brauchen. Mission completed. Ja, ja. Es ist dann die Rätsruhe beraten. Ja, ich bin zu lang. Ja. Es ist gleich ein Bremse. Ja. Es gibt einen Spanier. Dann sind die Rätsruhe. Ja, ich sehe hier die Rätsruhe. Es gibt einen Wasser. Halt man schon, schräg, bis du wirklich vorholt hast du dich, der Streit nimmst du noch an. Aufhören, ausdrehen, belasten. Also nicht vom Leerruhen, sondern die Zeitwärts überholt. Ja, du musst uns kurz kurz filmen, drehen. Gute Ellen, du kannst schon nach hinten kommen, Ellen guckst, dass du einen Queranflug nicht beim Stress machen kannst, du kannst nicht weiter hinterher. Ja, Bettel, da bist du dann aktiv geflogen. Wenn du so viel Beschleunigung bist, ist es nicht dermaßen hangend, dann hast du noch Bremse. Jetzt musst du moderater beschleunigen. Ja, das sieht schon besser aus so. Ja, und dann können wir uns jetzt rücklär, recht ruhig halten. Okay, gehen und lösen. Lange im Zeitpunkt, dass er links runter geht. Lange im Zeitpunkt, dass er links runter geht. Jetzt musst du gar nicht mal genau so drücken. Hammerbim. Bis du hier oben bist, dann oben auch durchstarten. Du musst ganz aufs Hübjüchchen. Ja, da poly, und das überhaupt schon auf. Hier, das scheint Ihr Gaunun fragt. Wél amigos Paret, fernolch noch mal如何 schlug. Ich binеваher auf der Schlaguth, ich bin jetzt und ältere, Groszügig, aber gegen den Abstand zur Hochspannungsleitung. Schön, Benel, und jetzt einfach so bleiben. Jetzt die Locken zu gut. Haben wir, Benel, bravo! Grillen Sieg! Wenn du das so geil gemacht hast, kannst du es schützen zu Bierspinaken, kannst du es nochmals machen. Marc kommt hinterher. Nächstes Mal Marc kommt früher hinterher, weil es dich jetzt lehnt. Auf der Kiebe kann man schon sehen. Du kommst rechts durch, Marc. Und dann habe ich eine Matte genug. Sanja, du bleibst über dem Strasschen, Marc, du kannst hinter dem Strasschen zu Boden. Genau. So, der Grandi. Dann geht es uns in den Regeln zu, genau so, ein bisschen mehr Kutze, ein bisschen mehr Laufen. Jawohl, komm! Lauf, Lauf, Lauf! Zieh schön, komm, Lauf! Mehr Gegenwind-Komponenten. Schirme ist gut so. Nimm ihn nicht zu dürfen. Lauf, 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 Lauf. So, jetzt ein bisschen rein, und dann kannst du dich aus... Ja, das geht offen das Leben wieder. Ja, das ist nett. Du dich eindringst, Homie. Segen aufs Lernen. Jetzt ist es nicht mehr. Raus! So ist es... Und jetzt ein Puzzige... Schau, wer ist die Laufseite geblitzt, oder? Die linke Hand ist gegen zu fest, deshalb kommt er gegen mich hoch. Voilà, links dosieren. Laufseite hochkommen. Stark! Kleiner mit durch... Kleiner mit durch... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind in der Ferie nach unten, bis du auf den Höfen stehst. Super cool! Und wenn es der Flug bleibt, dann stehst du in das Geurzeug. Maschelwinkel kontrollieren. Die S gegen Wind bleiben. Ein bisschen an die Schmerzen drehen. Jetzt ist es einfach knapp, weil du rückgängig bist. Super cool, bravo! ... ... ... Richtig korrigieren schon. Kein Hammer. Vollspeed, Hände hoch und im richtigen Moment durchziehen. Durchziehen, weiterhelfen, bravo. Dann kommt richtig etwas. Hände hoch. Vorbeiflug. Mal vorne, bewirsch noch mal. Cool. Warten. Jetzt kannst du auch rennen. Jetzt habe ich auch gerade. Er ist vorbei. Jetzt kann ich schlecht. Ich denke, es geht nicht. Oh, ich bin Particularly in der kleinen Barsche. Okay, ich bin mal ja, ich bin auf! Ich bin klar, aber ich bin wieder zu Hause. Ich kann keine Barsche nicht! Richtig durch die Bremse, ja, schon viel besser gewesen. Super. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.